Das ist ganz große Klasse, habe ich noch nie gesehen so was. Von sechs, acht Jahren bis zu den Jugendlichen wird auch Golf angeboten. Und ein sehr langes Loch, wo man patten kann, 60 Meter, was außergewöhnlich ist, aber es macht alles Spaß und die Leute werden herangeführt an den Golfbord. Ich denke, Porsche und Golf und die Europäische Tour hier ist eine gute Kombination und ich denke, dass sie ein sehr guter Team machen können. Ich weiß, dass sie eine große Charity hier heute und diese Woche. Ich bin sehr stolz zu sein und freue mich auf eine gute Woche. 9.11 Turbo, ich habe ein paar Generationen gehabt, und mein Vater hat auch. Wir beide lieben die Porsche und es ist ein sehr guter Fahrt. Ich bin sehr glücklich. Die Europäische Open war einer der Premieren Europäische Tour für viele Jahre. Es ist toll, dass wir die Europäische Open wiederkommen haben, aber auch eine Firma wie Porsche wollen, dass sie in Golf sind. Ich denke, es ist wirklich spannend. Ich bin ein Mann, der immer ein ganzer Porsche Fan, in der ganzen Welt. Ich denke, wir sind sehr glücklich, dass sie in Golf sind. Ja, die Europäische Open war eines der größten Turniere über viele Jahre. Es wurde hauptsächlich in Großbritannien ausgetragen. Jetzt gab es ein paar Jahre lang das Turnier nicht. Dass wir es jetzt hier in Deutschland stattfinden können, finde ich wirklich eine ganz große Klasse. Ich gratuliere Porsche zu diesem Ereignis, zu der Auswahl von diesem Titel und dem Turnier und wünsche allen Beteiligten viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017